Der Kundenservice betreut unsere Kunden und Interessenten telefonisch, schriftlich und per E-Mail. Eingehende Bestellungen werden hier schnell und fachkundig bearbeitet, damit sie zeitnah ausgeliefert werden können. Die Unterstützung unserer Außendienstler, die unsere Kunden in ganz Deutschland persönlich und vor Ort betreuen, zählt ebenzu zu den Aufgaben des Teams. Der Kundenservice kennt sich gut im Verlag aus und legt Wert auf ein kundenorientiertes und freundliches Auftreten. Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Bewerben Sie sich jetzt bei Europa Lehrmittel.